Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und es ist ein anderes Setup, ein komplett anderes Setup, weil ich momentan nicht bei meinem eigentlichen Setup aufnehmen kann. Und ich habe jetzt auch mal ein anderes Mikrofon, oder halt ein anderes Headset auf, wie ihr es wahrscheinlich unten sehen könnt. Auch was von Logitech, gehört auch nicht mir, gehört jemand anders. Aber immerhin mit einem Blue Voice Mikrofon. Also es ist eh nicht so vergleichen mit dem Mikrofon, das ich jetzt habe. Natürlich nicht so gut und natürlich nicht so hochauflösend. Aber es sollte schon trotzdem relativ okay sein. Das ist halt nur so als kein Notfallvideo zu sehen. Erstmal, während ich jetzt erstmal ansonsten keine krassen Videos aufnehmen kann. Vielleicht noch so ein Among Us oder weiß ich nicht was. So keine Zwischenvideos, die erstmal nicht in 2K laufen müssen. Wie auch immer. Heute geben wir uns das Little Nightmares 2 Unboxing. Was ich halt auch schon mal angekündigt hatte vor, I don't know, 2-3 Wochen. Ich habe natürlich, wie ihr es sicher schon gemerkt habt, das Spiel nicht am Releasetag gespielt. Erstens mal, weil ich es mir bestellt hatte für die PS4. Und ich momentan als Azubi nicht das Geld habe, mir jedes Spiel für jede Konsole irgendwie tausend Mal zu holen. Es wird eine LP geben. Wahrscheinlich auch, wenn wir Convenience Store abgeschlossen haben oder halt Little Nightmares 1 oder so. Wie auch immer. Wir haben ja jetzt erst Lost in Vivo angefangen. Aber wahrscheinlich erst ab nächsten Monat können wir dann das Spiel spielen. Auf jeden Fall. Ich kann sagen, ich werde es nicht anfangen. Ich werde es jetzt auspacken, aber ich werde es nicht anfangen zu spielen. Natürlich werde ich mich nicht spoilern. Ich werde es natürlich im Let's Play erfahren. Wie auch immer. Ich habe das hier schon stehen. Es kam heute an. Es hat sich um eine Woche verspätet. Genial, Mediamarkt. Gut gemacht. Ich bestelle bei Mediamarkt, weil ich gebe Bock habe, bei Amazon was zu bestellen. Weil ich dir nicht noch mehr Geld in Rachen stecken möchte. Hier. Ich hoffe, ihr könnt es alles gut sehen. Nämlich das Little Nightmares 2. Also die TV-Edition. Die gute Edition, die es mittlerweile auch gar nicht mehr gibt. Die man nur vorbestellen konnte. Und die jetzt meines Wissens schon bei Ebay oder sonst wo 100 Euro kostet. Das hier ist ein wunderschönes Küchenmesser. Wir machen es schön ruhig auf. Ich hoffe, ihr könnt es alles mehr oder weniger sehen. Erstmal schön seitlich. Es hat sogar noch hier diese wunderbare Schutzfolie. Und weil ich natürlich auch... Ah. Lynn Lightmares ist so die einzige Serie, von der ich diese Editions habe. Und weil ich die natürlich auch so gut es geht sammeln will und nicht kaputt machen will, machen wir das auch ganz vorsichtig. Versteht sich. Die TV-Edition ist ungefähr nochmal so krass wie damals die 6-Edition vom ersten Teil. Also ich bin richtig, richtig gehypt. Ich weiß auch schon, was drin ist. Aber zumindest könnte ich es... der Beschreibung entnehmen. Es kommt wieder in einem schönen TV-Design. Hier mit Beschreibung und alles, was an der Seite dran ist. Und halt was hinten drauf ist. Und es lässt sich wunderbar abmachen. Ohne irgendwie kaputt zu gehen. Ist das nicht toll? Drinnen sehen wir auch schon die Figur von Six und Mono. Ich will es auch nicht irgendwie knicken. Okay, es lässt sich extrem leicht aufmachen. Relativ, das muss man sagen. Und so sieht es aus. Drinnen sehen wir schon mal... Och du Scheiße. Wie holt man sowas raus, meine Damen und Herren? Wie holt man sowas raus? Gottes gleiche Geschenke. Ich denke, wir holen erst mal das Wichtigste raus. Nämlich die Figuren. Wenn man sich mal überlegt... Ich kann auch vielleicht mal, keine Ahnung, die erste Limited Edition zum ersten Teil unboxen. Wenn ich es nochmal irgendwo finde. Die Figuren sind wesentlich kleiner wie... noch beim ersten Teil. Wie die Six-Figur. Aber unfassbar cool gemacht. Unfassbar schön. Und sie gleiten auch gut raus. Du musst also nicht nochmal irgendwas aufschneiden oder so. Ja. Wiegen jetzt nicht so viel. Sie sehen es nicht so schwer hier. So sehen sie aus. Ist noch Bearbeitungskleber und alles mit dran. Also die Figuren wurden richtig schön gemacht. Ihr könnt euch sie vielleicht auch nochmal ansehen. Da haben wir Bono. Da haben wir Bono. Da haben wir Six. Da haben wir sie, wie sie aus dem Fernseher gezogen wird. Unfassbar schön gemacht. Unfassbar cool gemacht. Und unten drauf natürlich noch das Little Nightmares Logo. Schön. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt können wir es noch leichter rausnehmen. Nämlich das Hauptgame. Not to be sold separately. Also wird nicht separat verkauft. Das heißt, diese Hülle, diese Edition sozusagen, ist ganz eigen. Und ich werde sie auch jetzt erstmal hier nicht auspacken. Ich werde nämlich das Spiel erst spielen, wenn ich natürlich das PC, die PC-Version gezockt habe. Ist natürlich gleich. Ich werde mich zumindest bei dem gerne nicht spoilern lassen. Danach haben wir... Uh. Das Artbook von Little Nightmares 2. Unfassbar cool. Muss ich sagen. Erstmal in verschiedenen Sprachen am Anfang. Uh. Vorwort. Gab es viele Fragen dazu? Lese ich jetzt nicht durch. Ich will euch natürlich... Keine Ahnung. Könnte ich die Version natürlich auch nochmal gebraucht holen. Aber so... sieht es erstmal aus. Im ersten Teil gab es ja auch noch... Also bei der ersten Edition zum ersten Teil gab es ja auch noch... einen Comic und so dazu. Ich habe auch mich mal umgeguckt oder so, wo es die Comics gibt. Aber diese gibt es erscheinend nur bei Amazon und unfassbar teuer. Und die Auflistung von denen sind auch nicht so gut und krass. Aber irgendwann hole ich mir vielleicht nochmal die Comicreihe. Ups. Dazu gibt es... noch ein paar schöne Aufkleber. Wie auch zum ersten Teil. Hier haben wir Six. Wer es nicht kennt, der Six. im Genitor-Design. Im Genitor-Design. Also im Hausmeister-Design aus dem ersten Teil. Hier haben wir den Finman. Den neuen Hauptgegner. des neuen Spiels. Die Lehrerin. Den Jäger, den wir ja schon aus der Demo kennen. Und... Ups. Natürlich noch viele weitere Gestalten. Sehr, sehr schön. Ich weiß noch nicht, wie viel man jetzt in der Webcam sieht. Ich hoffe, man sieht relativ viel. Und danach noch das, was wahrscheinlich auch extrem cool ist. Nämlich das Artbook. Das ist ein extrem coole Artbook zum zweiten Teil. So sieht es von vorne aus. So sieht es von hinten aus. Muss ich sagen, ist nicht unbedingt mein Stil. Ich mache es mal auf. Und da haben wir den Soundtrack drin. Aha. Hier haben wir das Artbook, der Soundtrack. Richtig, richtig schön. Eine schöne Lina-CD. Werde ich mir aber heute mal anhören. Werde ich mir gönnen. Also, weil so viel Luxus muss sein. Also. Wir haben zum Abschluss nochmal eine unfassbar schöne Hülle im Fernseh-Design. Sehr, sehr nice. Die Figuren. Das Stilbook mit Soundtrack. Das sind noch ein paar wunderbare Sticker. Ein komplettes Artbook. Und das Spiel. Für 50 Euro. Auf jeden Fall. Wenn man sagen muss, ein Stilbook und ein Soundtrack. Also ein Soundtrack. Wenn man sich irgendwie Charts, CDs oder sowas anhört. Bezahlt man ja meistens 10 Euro. Sagen wir ein Soundtrack. Selber gemacht ist halt für ein ganzes Spiel. Sagen wir mal auch 10 Euro. Das Game kostet, glaube ich, sowieso 30 Euro. Also sind wir bei 40. Die Figur und die Sticker. Rechnen wir mal hoch. So 20 Euro höchstwahrscheinlich. Dann noch das Stilbook. Sagen wir mal 5 Euro oder so. Dann noch das Artbook. Also, keine Ahnung. Artbook ist klein. Sagen wir auch mal 5 Euro. Wir sind so bei 60, 65 Euro wert eigentlich. Wir bezahlen so 50. Also, vielleicht doch 70. Wäre es wert, wenn wir mal hochrechnen. Also, extrem, extrem cool. Und übrigens, nichts von der Scheiße hier ist gesponsert. Also, falls ihr das denkt. Ich habe es mir wirklich selber geholt. Deswegen habe ich auch ewig auf den Dreck gewartet. Aber ich muss sagen, es ist unglaublich, unglaublich cool. Und wir können uns im nächsten Monat auf das Let's Play freuen. Wenn ihr natürlich nicht warten könnt, dann seht es euch jetzt irgendwo anders an. Bei irgendjemand anderem. Kann ich verstehen. Ich habe jetzt erstmal lange keine Videos mehr gebracht. Aber das sollte es erstmal gewesen sein. Mit Lil Nas. Bis zum nächsten Mal. Ciao.